Wir zeigen Ihnen die 8 stärksten Street-Style-Trends der Saison und verraten, wie Sie die neuen Outfits genauso stylisch kombinieren wie die Fashion Insider. Wissen Sie was? Modebegeisterte Männer freuen sich bei den internationalen Fashion Weeks längst nicht mehr nur auf die Looks vom Runweg. Die Straße ist zum zweiten Laufsteg geworden. Hier scharen sich die Fotografen um Redakteure, Blogger, Models und Einkäufer. Ihre Looks bestimmen die Trends von morgen maßgeblich. Was sind die Street-Style-Trends 2019 für Männer? Zu den wichtigsten Männer-Modetrends zählen Bauchtaschen, Logo-Prints, überlange Mäntel im Zwiebel-Look, Nadelstreifen, Workwear-Wisten, Pufferjackets, weite Hosen, und die Farben Grau und Orange. Was macht einen guten Street-Style aus? Modewissen, Stilgespür und, vor allem, richtig viel Mut. Schließlich versucht hier jeder zwischen den zahlreichen Besuchern der Shown aufzufallen. Nur wer hervorsticht, wird gesehen und schließlich auch abgelichtet. Eine ausgefallene Kombi, eine Prise Exzentrik und die Chancen, fotografiert zu werden, stehen gut. Zwischen all den Paradies-Vögeln gibt es aber auch durchaus tragbare Styles, die nicht weniger modisch sind. Und genau von diesen Looks können Sie sich für den Alltag inspirieren lassen. In unserer Galerie zeigen wir Ihnen lässige Street-Styles für Männer, mit denen Sie richtig punkten. Viel Spaß beim Durchklicken!